Hallo Netsch, Willkommen bei Redux wieder für ein erstes Setzplay auf meinem Channel, was ich jetzt zusammen mit Philipp machen werde. Und zwar zucken wir das Spiel 4 Story. Und wir müssen nur warten, bis sie stehen bleibt. Ja, jetzt! Angriff! Du stehst vor der! Sie steht bei... Oh mein Gott, sie läuft weg! Ey, sie läuft weg! Nein! Oh, ich bin schneller als du! Bitch! Nein, scheiße, die hat auch ein Kriegsbüffel. Ich schneid hier den Weg ab! Die soll stehen bleiben! Nein, die verarscht uns! Nein! Nein, die fliegt da drüber! Gotti! Gotti! Scheiße! Philipp wurde schon mal abgehängt! Komm, Leute, schnell in die Kirsche mit ihr! Da könnten wir sie rapen! Nein, ich kann die Röntgen wegmachen! Nein! 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 Jetzt warte hier! Komm, reDoes sie, reIZ sie! Nein! Nein! Niko! Haha, die ist da oben! Scheiße, man! Nein, Bro, nein! Die steht vielleicht ab, bis wir sind gut! Du kommst hier nicht raus! Ah, das ist diese Kati! Komm, 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 komm! Jawoll! Mann, die bleibt ja gar nicht stehen, das ist ja voll langweilig! Aber die schreibt da nicht! Gis 041! Hilfe, Rob! Hahaha! Hahaha! Hahaha, ist das geil! Hahaha! Huuuuh! Hahaha! Ich steh auf Wasser! Hahaha, Philipp! Äh! Hahaha, Philipp! Hahaha! Hey! Hahaha! 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 Oh, Manni! Wir sind im Wasser jetzt! Totaler Schei! Ey! Äh! Irgendwie schon! Haha! Die läuft die ganze... Nein! Die hat sich angezogen! Ist ja langweilig! Nein! Die reitet weg! Oh, ich dachte schon! Maaan! Die soll ihren Bikini wieder anziehen! Hahaha! 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 Ah, jetzt ist nicht schnell geblieben! Komm! Hahaha! Ah, unter Wasser ist das nicht so cool! Hahaha! Wie geil ist das denn, ey! Hahaha! Hahaha! Oh, die hat sich gerade gebückt! Hahaha! Ah, wie geil, ey! Hahaha! Okay, ich glaube wir haben nie genug genervt für heute, oder? Okay, ich bin der